Hallo WPU, hier ein kleines Video über unsere Geschosse und Diabolos. Hier ein kleiner Versuchsaufbau, ich schieße auf 8 Meter mit zwei verschiedenen Diabolos. Die Becksbierflasche, Pfandflasche und die Deodose stehen also 10 cm auseinander und ich versuche die Deodose zu durchschießen und auch die Becksflasche zu zerstören. Anschließend werde ich euch berichten, mit welchen Dias ich geschossen habe. So, erster Schuss, 8 Meter Distanz. Jo, das hat funktioniert. So, das war ein glatter Durchschuss mit der CP1M von GSG und es geht nur mit diesem Diablos, den H&N X-Site Apollo Plastikmantel, geschossen. Ich habe 30 verschiedene Diablos getestet, auch bleiche Diablos. Nur mit diesem Apollo ist es möglich, diesen Test durchzuführen und erfolgreich durchzuführen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss WPU. Euer Nobby.